Hallo, ich bin der Rainer, bin bei uns im Serviceteam, ich bin verantwortlich für Komplettradberatung und mache Social Media mit. Ja, servus, ich bin der Julian, ich arbeite hier im Einkauf als Brand Manager. Ja, und ich bin der Armin, ich bin auch hier bei My Compounds im Serviceteam, Kundenbetreuung, also Telefon, E-Mails, alles. Ja, diese Saison sind wir allesamt auf Lightville unterwegs, da machen wir mit Lightville zusammen eine Aktion, das nennt sich Our Season with Lightville, darunter könnt ihr uns folgen unter dem Hashtag bei Instagram. Ich fahre das Lightville 301 MK14, ich fahre hauptsächlich Enduro, Enduro Rennen und da habe ich mich für das Rad entschieden, ich bin auch früher schon 301 gefahren. Es ist ein sehr handliches Rad, mit dem man wirklich alles machen kann, von der Cross Country Tour bis zum leichten Bikepark einsetzen. Daher das 301 für mich die beste Wahl, um halt auch ein Enduro Rennen gute Zeiten zu bringen. Ja, ich bin bei der Bikeaufswahl noch eine Stufe höher gegangen, ich fahre das Lightville 601 MK4, auch mit der aktuellen A-Pins. Und ich fahre eigentlich überwiegend oder bin eigentlich eher im Bikeparkbereich gestartet, bin dadurch aber auch so in den Enduro Bereich reingerutscht und suche halt oder brauche halt ein Bike, was im Endeffekt alles machen kann. Ja, und bei mir ging es dann ums 901, ist halt ein klassischer Downhill-Rahmen von Lightville, den Jasper Jauch sozusagen hinterlassen hat. Und ja, sieht mega geil aus, super schnell sieht es aus auf jeden Fall schon und was es kann, sehen wir dann im Laufe der Saison. Genau, im Laufe der Saison werden wir Biketests machen, werden wir berichten von den Rennen, von den Events, die wir fahren. Ja, gucken was die Bikes können, werden die Bikes dann mal ordentlich auseinander nehmen, mal ordentlich aus dem Zahn fühlen. Ihr könnt uns folgen unter dem Hashtag OurSeasonWithLightville, da werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten, das heißt bei Facebook, bei Instagram und bei uns im Blog natürlich. Ja, schaut rein, was wir so machen, wird interessant werden. Ich freue mich schon drauf mit euch. Mich auch. Ebenso. Dann schauen wir mal. Also reingucken. Ciao. 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 Ciao.